Guten Tag! Heute habe ich eine kleine Überraschung für euch. Darum werde ich mit euch Deutsch sprechen. Also, ich heiße Sergej, ich bin 18 Jahre alt, ich bin Student. Jetzt werde ich sprechen an meine Familie. Also, meine Familie ist sehr klein. Ich wohne mit meiner Mutter in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Leider habe ich keinen Vater, darum ist er gestorben. Mein Vater starb für acht Monate. Auch habe ich eine Großmutter, sie ist eine Mutter von meinem Vater, aber sie lebt nicht mit uns. Sie wohnt bei meinem Onkel, bei seinem zweiten Sohn. Die Familie von meinem Onkel ist groß genug. Er hat eine Frau, eine Tochter und einen Sohn. Seine Frau heißt Jelena. Sie arbeitet als Lehrerin. Die Tochter heißt Darje. Sie ist neun Jahre alt und sie besucht eine Schule. Der Sohn ist noch klein. Der Sohn ist noch klein. Er heißt Matwey. Am 6. Juni wird er sein drei Jahre alt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.